Hallo ihr Lieben, wie ihr euch vorstellen könnt, macht zum größten Teil mein Mann unseren Haushalt, weil das ja nicht so gut funktioniert hin und wieder. Aber heute habe ich mir vorgenommen, die Wäsche zusammenzulegen. Also habe ich meinen Mann und meine Kids zum Friseur geschickt und versuche jetzt in der Zeit, die Wäsche zusammenzulegen. Bis später! Die Wäsche ist fürs Erste fertig. Vor meinem Mann und meinen Kindern ist noch nichts zu sehen. Also räumen wir noch die Spülmaschine aus. An Teller und Tassen komme ich meistens nicht dran, also wird es auf den Tisch gefahren. Dann muss es leider jemand anderes wegräumen. So, und dann wollen wir mal loslegen. So, Spülmaschine auch fertig ausgeräumt. Die sind immer noch nicht wieder da. Ich bin mal gespannt, wie der kleine Mann aussieht, wenn er wieder zu Hause ist und ob er es sich gefallen lassen. Ich bin echt mal gespannt. Ja, vielleicht zeige ich euch dann nachher, wie er aussieht. Ich melde mich später wieder. Tschüssi!